Den schicken wir dann da nach oben. Was wollte ich? Kommandozentrale, ne? Das sollte ich vielleicht machen, bevor hier das Geld weg ist. Wo? Da. Ach, den Ding haben wir noch gar nicht stehen da. Ähm, 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 da hat man jetzt eine Verteidigungslinie hier oben, aber noch nicht wirklich. Und da die hier ja die komischen Tunnelsysteme haben, ne? Okay, schicken wir den mal kurz da nach oben. Dann kriegst du eine Kampfdrohne verpasst. Hier zwei reinladen. Hat der jetzt eine Kampfdrohne? Ja, doch. Äh, ab nach oben. So, jetzt hier, Strategiezentrum. 2500, verdammt. Dann könnten wir eigentlich mal hier kommen, damit es schneller geht, weiter an Chinook. So, jetzt würde ich nur mal gerne wissen, dafür braucht man ein Strategiezentrum. Und das heißt, hier angreifen wäre nicht allzu clever. Zumindest noch nicht. Und ich kann übrigens auch nicht allzu lange aufnehmen, weil ich muss gleich wieder arbeiten, ne? Nehmen wir da jetzt wirklich... Blendgranaten. Wenn ich die erforsche, beziehungsweise kaufe, dann kommen wir hier nie an unser Strategiezentrum. Was gibt's zu tun? Komm schon, noch 300. Ich könnte jetzt natürlich das Ding verkaufen, die Cyborg-Kaserne. Für 50% des Wertes. Das wären ja dann exakt 300, ne? Es geht ja wohl, es kostet 600. Zu spät. Ähm, stellen wir das Ding hier... Ja, oder nein? Stellen wir das Ding... Ach, komm, stellen wir es hier hin. So, jetzt das Gerüst. So. Ach, toll. Da kommen die zwei Helgen jetzt auf den Gedanken, dass man da drauf schießen kann. Das hätte ich nicht vorher machen können. Nein. Komm, weg damit, weg damit, weg damit. So, der wäre ebenfalls befördert wieder. Das heißt, der Typ da rechts, der wird von selber anfangen, sich zu reparieren. Der hat dann noch so einen Jeep-Rom. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Hier standen irgendwo... Pass mal auf, wir hatten doch... Ah. Wieso wird der Spionagesatellit hier rechts nicht angezeigt? Das wäre viel angenehmer so. Äh, was wollte ich jetzt gucken? Da haben wir eine Stingerstellung, die können wir mal beseitigen. Dann können wir hier nämlich mit Helikoptern agieren. Also so zumindest mal die Theorie. Dann... Komm, bauch schneller, Junge. Ich will endlich die Abwurf-Zonen. Weg, 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 weg. So ist es schön. So. Die nutzen wir als Aufklärung, aber als Aufklärung. Meine Güte, was hier alles rumsteht. Und ich glaube, hier ist diese komische Basis von dem Asi... Ja, ha... Hallo? Oh, Atomkraftwerk. Nein, Paketensilo. Ähm. Ähm. Das ist nicht gut. Hier, Schlachtplan. Bomba dem Mond. Dann bastelst du mal ganz schnell so eine Abwurf-Zone. Wo ist der andere Typ? Ach, Mist, für eine Partikelkanone brauchen wir 5.000 Dollar. Moment, 5.000 war ich schon immer so teuer? Weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, seit ich das hier gespielt habe, ne? Tankkampenbomber. Soll ich die nutzen? Ne, eigentlich nicht. Die sind hier ganz gut am Ballern. Erstmal auf, das Ding haben wir ja schon. Wir könnten, wenn wir jetzt Rang 5 erreichen, haben wir ja hier 3 Punkte zur Verfügung. Jetzt könnten wir dann das Ding kaufen. Die Reparatur und ein Paladin-Panzer. Denk ich mal so. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich kann jetzt mein Mikrofon abschalten, weil es einen speziellen Knopf dafür hat, um beispielsweise einen Räuspern nicht mit aufzunehmen. So, kurz geräuspert und das war's. Dann mal hier jetzt noch Spezialtraining. Äh, wir brauchen Strom. So, die Abwurf-Zone ist fertig. Zeit bis zum Abwurf. Eine Minute 52 Sekunden. Haben wir jetzt hier... Nein, wir haben gar nichts mehr. Die Basis wird angegriffen. Meine Güte, jetzt kommt der asiatische... Ja, hallo. Fahren wir den Burschen mal davor. Die hier am besten auch mal. Weißt du was? Dann richten wir da unten jetzt eine weitere Patriot-Batterie ein. So, als zusätzliche Verteidigung, ne? Dann hätte ich ganz gern einen weiteren Helikopter. Dann hier eventuell... Pass mal auf, in dieser Stadt, da kommen sie... Also hier sieht's ja eigentlich relativ friedlich aus. Ich schmeiß jetzt da mal so ne Bombe rein. Das muss jetzt einfach sein. Meine Güte, man möchte nicht meinen, wie das Ganze blendet. Ich spiele hier direkt vorm Fenster, weil es anders nicht geht. Und hier knallt die Sonne gerade auf dem Dach, was sich direkt gegenüber befindet. Und alle Türme fallen um. Ist ja cool. Wieso bin ich da früher noch nie drauf gekommen? Nee, also das, obwohl das Dach da drüben so komisch schwarz-grau ist, blendet das ungemein. Also das ist wirklich ekelhaft. Und ich hab hier keinen Vorhang. Das heißt, Vorhang habe ich eigentlich schon. Ich müsste ihn halt nur dran machen. Aber ob das noch hält? Die Schiene sieht ziemlich alt und kaputt aus. Und hier parken so viele Autos, da sind doch bestimmt wieder Autobomben mit dabei. So, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch Zeit. Das ist schön. Beziehungsweise, die drei haben wir noch nicht. Nein. Aber dann tun drei. Dann hätte ich jetzt... Der ist doch fertig. Das heißt, wir brauchen nochmal Energy... Energy Power Drink, bitte. Den platzieren wir mal da drin. Jetzt haben wir schon wieder kein Geld für den Kampfjet oder sowas. Ähm, passt auf. Die zwei, die verwenden wir dann da unten als Luftunterstützung. Und die drei hier oben. Der ist gleich fertig. Ich begehren halt in Nordosten. Ja, ja, ja. Mittlere Flugung, alles, Roger. Ähm, M, 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 M. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Wir haben hier eine Stingerstellung. Ähm, boah, ich sehe fast nichts, das blendet so. Zielperson, Sie! Was? Welche Zielperson denn? Schießt sie doch einfach über den Haufen. Wir haben... Einheit verloren. Ach, das war der komische Transporter von vorhin, der da vorbeigeflogen ist. Die, wo ich hier mal Nachschub abschmeißen. Äh, okay, pass auf. Tomahawk Raketenwerfer hätte ich jetzt ganz gerne welche. Komm, bauen wir drei davon. Äh, dann einen Sniper. Zwei von denen. Dann haben wir schon wieder keine Kohle mehr. Die Helis können sich auch mal beeilen hier, ne? Na ja, ihr seid fertig. Dann schalten wir jetzt mal die Stingerstellung da aus. Dann sollten wir hier auch mit Helik... Wir können den Helikopter vergessen. Aber gut. Ich glaube, wir machen Raketenwerfer fertig. Das ist schön. Wir brauchen hier oben noch weitere Einheiten, weil nur die zwei Jeeps da, das wird nicht... Sobald die mit einem größeren Verband an Streitkräften kommen, dann war's das. Und das sollten auch zusehen, dass wir hier unten diese Tunnelsysteme mal zerstören, dann können die nämlich da keine Verstärkungen mehr hinschicken. Was kommt hier jetzt? Infanterie. Komm, die machen wir mal mit den Helis fertig. Vor allem, damit der hier auch... Lass mal auf, nehmen wir doch einfach nur den Einzelnen hier. Soll der die mal abknallen. Zack. Also eigentlich sollte der die abknallen und nicht der Sniper da hinten, aber naja. Haben wir da... Wir haben hier auch Raketensoldaten drin. Das ist also nicht allzu lustig. Wir könnten mal einen Angriff fahren, hier auf die Bunkeranlage zum Beispiel. Nein, so funktioniert. Aber hoch! Ach, Mist. Habe ich gar nicht gesehen, dass da geschossen wird. Bin ich blind oder was? So, da hätte ich ganz gerne noch einen, Tomo, Raketenwerfer. Ja, 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 ja. Und das Einsatzziel kümmere ich mich gleich, aber so wie es... Was die Uhr sagt, wird dafür wahrscheinlich die Zeit nicht reichen. Das heißt, ich speichere am besten hier ab. Äh, Sekunde. Das war jetzt Mission 5, löschen. Und Mission 6, schapeichern. Jawohl, überschreiben mal bitte. Und, äh, dann würde ich sagen, unterbreche ich die Aufnahme an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!